Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Factorio. Das hier ist die Folge 11 und ich muss zu meiner Schande gestehen, es ist in der letzten Aufnahme, die Aufnahme an sich selber irgendwie so ein bisschen abgeschmiert. Deswegen ist da eine kleine Lücke. Wir machen gleich mal kurz einen Basisrundflug und gucken uns an, was sich verändert hat. Also es ist eine Folge, die fehlt. Und es steht unter einem guten Stern, dieses Let's Play, würde ich einfach mal behaupten. Und eine Sache, die ich jetzt gerade im Livestream auf twitch.tv slash Krampfgarten, wo wir auch dieses Live-Let's Play gerade aufnehmen, gemacht habe. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über, ja, wie soll das aussehen mit meinen Zügen und mit unserem Zugsystem. Und habe Code importieren, STRG-V importieren, mir mal ganz kurz ein kleines Blaupausenbuch gemacht. Und das gucken wir uns mal ganz kurz an. Gerade mit Wechselspur. Ich laufe mal ganz kurz hier runter, dann kann man vielleicht ein bisschen was sehen. Das wäre ein gerades Schienensegment mit Wechselspur. Das wäre das gleiche, nur als T1, sage ich mal, wo wir einfach nur die Schienen haben. Das wäre das Ganze mit einer Wendelspur. Und das Ganze dann nochmal mit Solarzellen und Roboter-Hangar-Abdeckung. Und so soll das Ganze aussehen. Dann machen wir noch gerade Segmente dazwischen. Aber, dass wir die dann so dazwischen haben und dann die Möglichkeit haben, da unsere Züge fahren zu lassen. Hä, fahren lassen. Entschuldigung. Werd erwachsen. So, wir sind forschungsmäßig schon relativ weit. Wir könnten mal, was nehmen wir denn? Wir nehmen die Kapazitätsbonus für Greifarme. Gucken mal, forschungsmäßig passt das eigentlich so. Die Blaupausen in der Bibliothek sind Map-übergreifend. Dann habe ich mir wieder zu viel Aufwand gemacht. Ist klar. Vielen Dank für den Hinweis auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht. Es ist schon so lange her, die letzte Aufnahme. Wir sind, glaube ich, zwei Wochen inzwischen ins Land gegangen. Wo wir überhaupt waren. Hätte ich mir das nochmal angucken sollen auf YouTube? Wer macht denn sowas? Wir gucken einfach auf der Map. So, hier haben wir das Ölfeld mehr oder weniger angeschlossen. Hier haben wir zumindest eine Haltestelle. Und da waren wir, glaube ich, eine Raffinerie. Ah, genau. Wir waren eine Raffinerie am Bauen. Und ich glaube, ich möchte die ganze Ölverarbeitung dort oben stattfinden lassen. Das heißt, dass wir von hier Batterien eventuell... Ah, müssen wir Kupfer und Eisenplatten da hochfahren. Wenn wir Kupfer und Eisenplatten hier hochfahren, haben wir die Möglichkeit, Batterien und Kunststoff hier runterzufahren. Ist da oben Kohle? Nee. So, apropos Kohle. Der Zug da ist auch alle. Alete. Hm. Schwierig, ne? Ich gucke mal gerade, was haben wir denn im Inventar? Wir haben ein paar Hochöfen im Inventar. Habe ich auch noch irgendwelches Brennmaterial? Nein. Dann fahren wir mal da hoch und gucken uns mal an, wie der aktuelle Stand da oben ist. Und Blacky, hallo zusammen. Hallo zusammen, sagt er. Hallo, Blacky. Grüß dich. Habe ich die Musik runtergedreht? Ich glaube, ich habe die Musik ein bisschen runtergedreht, oder? Brennstoff, da haben wir zack, zack, zack. Mitlaufen und aufspringen. Und Atiris, hallo. Grüß dich. Wir fahren mal wieder mit dem Zug. Wir fahren mal wieder mit dem Zug hier oben hin. Wir gucken uns an, was hier der Stand der Dinge ist. Hier machen wir auf dem Manuell, dann kann er nämlich da oben stehen bleiben. So, der Stand der Dinge ist, wir haben... Kaffee machen. Kaffee ist ein guter Plan. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Käffchen. Okay. Also, was wir hier haben, ist schon mal die erste Raffinerieanlage, die uns hier aber erst mal nur Alkangas beschert. Finde ich ein bisschen schade. Ich fand die Variante vorher schöner, wo man trotzdem alle Derivate bekommen hat. Anstatt hier nur die Variante 1, sag ich mal. Wir haben ein paar Granaten. Das heißt, wir können uns hier mal ein bisschen Platz machen für weitere Bauprojekte. Und wir werfen die Granaten natürlich so, dass wir uns selber damit auch noch Schaden zufügen. Ist doch klar. So, erstmal ein bisschen Platz, dann können wir hier vernünftig bauen. Der Nachteil von Zügen ist natürlich Beschleunigung und Bremsen, ist klar. Die Kreuzung geht viel Zeit verloren. Deswegen bin ich bemüht, die Kreuzungen so zu konzipieren, dass sie einfach durchfahren können. Dann wird es smarte Lösungen geben. Wer bremst, verliert. Wer später bremst, fährt länger schnell. Das ist eine alte Weisheit von... Wie heißt er? Top Rennfahrer, absoluter Audi-Fan. Mir fällt jetzt den Arme ein. Der hat auch so Dinge gesagt. Ein Auto ist nur dann zu schnell, wenn man morgens Angst hat, es aufzuschließen. Und wenn man... Das hier passt alles überhaupt nicht, ne? Was war denn noch? Was war denn noch die Aussage? Wenn man Fliegen an der Seitenscheibe hat. Wir fahren mal hier runter. Was wir auf jeden Fall hier oben brauchen. Wir wollen pflastern, ne? Komm, wir fahren mal da hin. Fährst du rückwärts gegen den Baum, verkleinert sich der Kofferraum. Das stimmt. Ach, komm schon. Zug. Wie lange noch? 30 Sekunden sind noch. Wir fahren einfach von alleine darüber. Kling, 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 kling. Mach doch mal Produktivitätsmodule. Und fährst du quer, siehst du mehr. Mhm. Bau gerne Verladebahnhöfe, wenn ich weite Strecken baue. So ist ein Zugmann mit 5 Locks und 20 Weckerungs recht lang. Finde ich überhaupt nicht. Also ist nicht so meins, so lange Züge zu bauen. Hat für mich ästhetische Gründe. Aber das kann ja jeder so machen, wie er es mag. Hm. Leider viele Kreuzungen. Irgendwie sind die Signale immer schlecht. Signale ist halt echt so das Power-Thema. Signale, das struggle ich auch hart. Das ist halt einfach so. So, wir gucken mal. Hier haben wir jetzt ein Lagerhaus. Das stimmt. Hier wollten wir dann die nächste Erzverarbeitung machen. So. Wir gucken jetzt mal. Zum einen. Oh, wir haben Mauern ohne Ende. Mauern können wir mal wieder abgeben. Abgeben hier irgendwo. Wollen wir denn die Mauernproduktion? Ähm. Ähm, Kiste. Gibst du mir eine Kiste? Stellen wir mal daneben. Packen wir unsere Mauern hier rein. So. Dann könnten wir hier vielleicht noch ein bisschen Kohle loswerden. Zack. Machst du zu dem Thema nochmal ein neues Tutorial-Video? Kann ich noch nichts sagen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich muss mal gucken. Also die Tutorial-Videos haben zwar auf der einen Seite, sind das die Videos, die am meisten geguckt werden. Auf der anderen Seite ist es aber immer so die Situation, man zeigt irgendwas, hat sich ein bisschen vorbereitet. Und, äh, irgendjemand weiß es dann doch immer besser und zerreißt das Ganze dann. Und vor allen Dingen an den Abgängen zwischen Kreuzungen, wenn die Züge sich selbst blockieren. Hm, ja. Das ist immer schwierig. So, wir gucken mal. Kunststoff. Dafür brauchen wir Kohle und Alkan-Gas. Hm. Wir müssten eigentlich Nägel mit Köpfen machen. Nägel mit Köpfen machen. Und zwar, wir müssen natürlich Kohle da oben hinkriegen. Das heißt, wir haben ein paar Schienen. Ich nehme noch ein paar Schienen mit und ich mache mir mal noch ein paar Zughaltestellen. Und ein paar Signale. In eine Kreuzung Kettensignal. Aus der Kreuzung raus normales Signal. Genau. Und dann kann man, wenn man in der Kreuzung selber, in der Kreuzung selber, wenn man da geschickt noch ein paar Kettensignale platziert, hat man den Vorteil, dass wenn zwei Pfade sich nicht gegenseitig blockieren würden, dass dann zwei Züge gleichzeitig durch die Kreuzung fahren können. Oder drei oder vier. Je nachdem, wie man es ausgelegt hat. Aber das ist dann schon die ganz hohe Kunst des Schweinkrams. des Signale verbrezelndes. Und da ich ja jetzt auch schon ein paar Tage aus der Materie raus bin, muss ich da auch immer so ein bisschen gucken, dass ich da nicht was Dummes tue. Bei zwei Kreuzungen. Ja, es sollte so gebaut sein. Das ist auch eine wichtige Faustregel. Dass von Kreuzung zu Kreuzung mindestens ein Zug komplett dazwischen passt. Frisch, Frisch. Luciano Pott. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Oh, vielen Dank und herzlich willkommen. Und Smovey, schön dich zu lesen. Hallo. Zack, zack, das nehmen wir mit. Wir nehmen mal zehn Tanks. Warum denn auch nicht? OpenTTD und Train Fever, ja. Genau. Der Platz zwischen den Signalen sollte immer groß genug sein, dass ein Zug auch dazwischen passt, damit das da nicht zu Querelen kommt. So, wir bauen mal ein paar Chemie-Fabriken. Dann flitzen wir nachher nochmal da hoch. Flitzen, ich glaube, ich habe mein Auto da oben stehen lassen. Wie so ein richtiger Vollprofi. Das kennt man nicht anders von mir. Wo habe ich geparkt? So. Und damit wir da oben Dinge tun können, müssen wir natürlich auch Dinge mitnehmen. Wir nehmen ein paar Rohre mit und ein paar Untergrundrohre. Greiferchen haben wir. Fließbänder haben wir auch. Teiler, Untergrund, Fließbänder. Können wir eigentlich direkt weitermachen und richtig bauen. Nehmen wir dies. Und nehmen wir das. Und dann nehmen wir von der Sorte auch noch ein bisschen. Montagemaschinen. Türme haben wir da oben genug. So, und der Rest vom Fest wären... Was habe ich an Strommasten? Ja, da haben wir nämlich wieder... Bauen wir auch noch ein paar. Der Rest vom Fest wären Pflastersteine, weil ich hätte nämlich da oben gerne ein bisschen was geflastert. Und damit sich die Umweltverschmutzung richtig schön ausbreiten kann. Oh, Inventar ist voll. Warten, dass der Zug wieder kommt. Chemiefabrik kann nicht aufgenommen werden. Das Inventar ist voll. Oh nein! Warte, warte, bis der Zug kommt. Da ist er. Was ist denn Timing? So. Oh, was werfen wir denn weg? Haben wir da irgendwas, was wir wegwerfen können? Nicht wirklich. Okay. Und Holzius Ratios. Guten Abend. Gut, dann werden wir einfach anfangen zu pflastern und der Rest erledigt sich schon von alleine. Machen wir mal hier so. Okay. So, dann werden wir doch steinlos. Dann kann diese widerliche Natur dann auch bald mal abhauen. So, machen wir mal bis hier, ne? Du kannst einen Zug durch Steuerung rechtsklick zu einem Punkt auf der Karte schicken. Okay. Okay. Das ist interessant. Das war's schon mit Pflastersteinen. Du willst mich doch ärgern. So viel hatte ich doch jetzt gar nicht. Okay. 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 Und Holzradde hatte ich gesagt. Hallo. Ich glaube schon. Ich glaube schon. So, mit dem Zug muss ich mal ausprobieren. Wenn wir mal ein Schienennetz haben, dass wir mal so Richtungen anpeilen können. Das, das hört sich sehr, sehr gut an. So. Chemie wäre dann hier. Und dann würde ich, glaube ich, hier an der Stelle erst mal, ah, das ist doch falsch, was du da machst. Sagen wir mal so. Das hier erst mal verbinden und dann machen wir hier ein Underground Rohrkonnektor dran. So. Dann füllt sich hier unser Alkan-Gas. Wenn man drin sitzt. Ich denke schon, ja. So. Das nächste Forschungsding ist fertig. Da können wir eigentlich nur noch Kapazitätsbonus für Greifarme und dann müssten wir bald schon in Richtung andere Dinge gehen. So. Ich würde jetzt hier an der Stelle, machen wir das mal so, gucken wir uns das Rezept mal an. Kunststoffstange. Genau. So. Wie machen wir das denn am geschicktesten? Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher über das Layout. So. Rein füttern wäre eigentlich sinnvoll, wenn man das hier von der Seite machen würde. So vielleicht. So. Ich bin gerade noch unsicher, wie wir das machen. Das sind jetzt acht. Und so natürlich nicht. Verdammt. Ich hätte auch nicht alles abreißen müssen gerade. Aber hey. Man macht es ja gerne. Das mit dem Abreißen. Einen brauchen wir noch. Wir fangen an an dieser Stelle. Da. Da haben wir ein bisschen Platz. Das wären jetzt zwei, vier, sechs, sieben, acht. So. Der Plan dahinter sieht folgendes vor. Ups. So. So. So, aus einer Kohle werden zwei Kunststoff, also bräuchtest du ein Band mit Kohle und zwei Bänder für Kunststoff. Ja, das ist ja noch nicht auf Effizienz ausgelegt, sag ich mal. Das kommt dann später irgendwann nochmal in groß, also in sehr, sehr groß. Aber für sowas hätte ich dann gerne auch Bauroboter. Ja, das ist jetzt erstmal nur eine 0815-Standard-Geschichte, die ich jetzt hier bauen will. Wobei mir das Design jetzt schon ganz gut gefällt. Kommt das Fließband an, genau. Oh, und ich hätte natürlich mehr rote Fließbänder mitnehmen sollen, das wäre schlau gewesen. Hier gehen wir dann mit normaler Kohle hin. So, wo mache ich meine Bahnhöfe hin? Das ist jetzt die große Preisfrage. Ich würde es vorschlagen hier oben. Das heißt, wir würden das Ganze von Bord an füttern. So, gib mir Strom, beziehungsweise jetzt machen wir erstmal Ärmchen dran. Außer Reichweite. Ich glaube, die Kunststoffproduktion ist fast so schnell, dass man da schon mit Lodern arbeiten könnte. Gelb für Kohle und Rot für Kunststoff raus, genau. Das war so der Gedanke. So, Strommasten. Mal hier. So mag mir das wohl gefallen. Und dann müssen wir hier in der Mitte noch was machen. Mal da. Mal da. Da. Und da. Oh, es verbindet sich nicht. Oh, will er mich ärgern. So nicht, mein Freund. Es ist angeschlossen. Mehr oder weniger. Und dann geht das Thema Richtung Bahnhöfe. So, dann würde ich gerne. Oh, ich habe noch kein Landfill. Dr. Landfill. Okay. Ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn wir von da oben reinfahren würden. Weil dann können wir nämlich da oben in dem großen Bereich einen Wartebahnhof bauen. Ähm, ein Warte. 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 Verstehen Sie? Warte mal. Dann könnten wir hier an der Stelle schon mal den ersten Bahnhof bauen. Ja, so will mir das gefallen. Hinweg mit euch, ihr Bäume. So. Wasserbahnhof. Ja, wir müssen mal gucken, ob ich da Landfill mäßig noch irgendwas, ob ich das komplett auffülle oder ob wir da Wassergräben dazwischen lassen, aber was soll uns das bringen außer Optik? Optik? So. Das Ganze soll dann so rum funktionieren, dass der Bahnhof quasi dann hier zum Eliten kommt. Würde ich gerade sagen. Haben wir noch Loader? Hm, wir haben keine Loader. So, jetzt müssen wir da rüber sprinten. Ich hoffe, dass der... Ein Hafen, genau. Es gibt tatsächlich eine Mod mit Schiffen. Die hat der Seenoma angespielt. Fand ich sehr, sehr cool irgendwie. Hatte was. Aber die haben wir nicht drin. Genau. Also fürs Chemiewerk brauchen wir keinen Wasserbahnhof. Also wir werden das Land noch ein bisschen aufschütten da an der Stelle, aber wir werden uns Tümpel beibehalten, die uns quasi dann versorgen. Was wir da jetzt erstmal bauen, ist ein Kohlehafen. Äh, Kohlehafen sei schon. Ein Kohlebahnhof. Hovercraft, ja gut. Ja, schon. Es gibt, glaube ich, auch eine Mod mit einem Hubschrauber. So, da sind wir ausgestiegen. Wagemutig sind wir. Wagemutig. So, wir brauchen Schienen. Sprich, Gleise. Warten wir in die Gleisproduktion da oben. Ah, ich hätte das Auto mitnehmen sollen. Schwierig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Haben wir ein bisschen Schienen. So. B-Lader. Nehmen wir mal sechs Stück mit. Jetzt brauchen wir da weitere Eisenplatten, weitere Greifarme. Gelbe Greifarme, die holen wir uns da mal noch aus der Kiste. Haben wir auch noch weitere Loader. Und Eisenplatten. Da kann man nochmal sechs Stück machen. Ähm, wir haben auch noch rote Fließbänder, die holen wir uns da oben weg. Und ein Warenhaus, hätte ich gerne. Auf 200 Stahl. Das können wir hin. Und hier unten. Ich glaube, wir nehmen zwei Warenhäuser. Eisenstängelchen. Nehmen wir auch mit. Warenhaus, da fehlen uns noch die Ziegelsteine. Die holen wir uns gerade noch. Dann können wir das im Hintergrund bauen lassen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bauen wir uns da mal zwei Bahnhöfe hin. Einen für rein, einen für raus. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen in dieser Folge. Der Stream geht noch ein bisschen weiter. Aber für YouTube sind wir am Folgenende angekommen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.